Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Battle Reads. In der letzten Folge haben wir angefangen hier ein bisschen Trouble zu machen. Weil wir sind ja die Troublemaker und so. Und machen wir doch direkt weiter. Schnappen wir sie uns, bevor sie so lange sie noch schwach sind. Keine Gnacht, die mir zufüfen. Guck mal schnell, ob wir irgendwie einen Hammerwerfer abgreifen können. Geht nach rechts und kommt mit hier. Felsen rollen. Nicht rein, rein! Ist gut. Lauf, 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 lauf. Ihr haltet Abstand. Eine Abstand. Fluch knapp. Was heißen die Lieder? Das wird kein schöner Anblick. Ich werde sie zerreißen. Was ist die Szene? Ich werde sie zerreißen. Ich werde sie zerreißen. Das wird ein bisschen zufüßen. Ich werde sie zerreißen. Ich werde sie zerreißen. Und dann kann sie weg das Material haben. Er hat aber keine Gnacht. Ich bin nicht geschätzt. Ich kann das nicht so sehen. Und dann kann sie aber sie zerreißen. Ich bin nichts zu spüren. Ich bin dabei. Ich bin dabei mit dem Knochen. und gehen mal hier zum Anruf ich meine die sind da doch noch nicht mehr die können uns hier mal du da sind Felsen, habt Spaß und geht raus nochmal jetzt mal ich kann euch nicht mal die Zentren des da ich muss nur umdringen, dass ich die Winkel schubsen genau das war der falsche Winkel die 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 zum Werfer ausbilden es ist hier ich ich sehne nicht nach frischem Weich das ist ein scheiß Welsen, mein Gott glaub ich ihn ich bin bereit überlass sie mir los, verzieht euch überlass sie mir ich bin bereit überlass sie mir ja Freyberg ist toll meine Krallen werden sie zerfetzen Sie werden sterben. Eine leichte Beute. Nein! Ich schluck dich auf. Ich bin der Heid, ich werde sie zergerissen, ich zähne mich nachfrischen, ich bin der Bein geschützend. Überlass sie mir. Mehr tot als lebendig. Ich hole den Bauern, ich hole den Bauern, ich hole den Bauern, ich hole den Bauern. Ihr drei, ihr zwei, du. Ich werde sie zerreißen. So. Wenn ich mir jetzt den Bauern ausfüge. Ja, wir können keine Bauern. Das ist nice. Ich werde sie wegwägen. Oh, jetzt muss man hier anfangen. Ihre eigene Weide gehört hier. Ich werde sie zerfleischen. Den kleinen Hals macht man mehr. Ich bin gelangt. Denen fliegt das Pech an den Händen. Und wir werden sie zerfetzen. Ich bin gelangt. Oh, du bist so cool, du bist so cool, du bist so cool. Du 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 du. Ich bin so stark. Ich werde das, was ich kann. Wir kommen zu einem sichersten Ort. Wir haben nichts in der Zeit. Soban hat ihn der Schalllord. Er spricht oft nicht. Ich glaube, er war ein Wulff-Slave. Ja, aber wir können wir in was er geworden sind? All things are part of the natural order. Even this strange being. He fights like a behemoth. I say, we're lucky he's on our side. What do you think, Brayback? Any enemy of the Lotus is welcome in my camp. The Schalllord fights with us. Ja. Unsere Helden. The weather is getting worse. Can you help us stop Yvains winter? No. I could not even protect my own sanctuary. As long as Yvain is using our own clans magic, I am powerless. Then I'll take this skull of the White Wolf from her. Yvain will expect me. I won't ask any of you to follow me into her traps. You will need my help to keep Yvain from freezing the land to death. I can lead you to her mountain fortress. I have seen the way in my dreams. That black-hearted sorceress still owes me a debt of blood. I'm coming. But why would any of us abandon you now, Lord Greyback? You don't have to call me that. But you are the Lord of the Wolves. Gail is right. We're your pack. And we'll fight by your side until the end. Thank you, my friends. Yeah, the shiver Lord, the stein-one-fürst, doesn't talk much. I'm so cold. Maybe we should rest here. The lake shore is just a little farther. Wildeyes meet us there. This snow is killing me, Greyback. I know. Lady Gaila, you look terrible. Greyback, what's wrong with her? Yvain's blizzard is killing the land. As the land dies, so does Gaila. Have you found any shelter nearby? There is an abandoned monastery. You have a bad feeling about that. It is completely deserted. There is not a soul inside, but the gardens are well tended. In other words, it's a trap. Yeah, and it's also the only shelter for miles around. We don't have much of a choice. Let's check it out. Wildeyes, take Gaila around the south side of the lake, where it's safer. I'll scout out the main road and meet you at the monastery. Follow me, m'lady. We're almost to safety. Und da gehen die zwei. Und wir. Durch ihre Quallen in Sobans Labo und ihren langen Weg durch den Schneesturm ist Gaila in schlechter Verfassung. Im Westen befindet sich ein verlassenes Kloster, wo es in Sicherheit ist. Wir verstecken uns in dem Kloster, bis sie genesen ist und rücken dann auf Events Festung vor. Seid vorsichtig, Wildeye fürchtet eine Falle. Bin auf dem Weg. Verstanden, ich geh. Wir rushen da jetzt einfach mal durch. Ich rieche eine Falle. Und wo rieche ich eine Falle? Ja, ganz genau. Hier ist eine Falle. Motos, Leute. Einmal ein Battle Bride und dann zapp, zapp, zapp. Mach, 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 mach. Ganz gechillt hinlaufen. Was ist mit der Falle? Was ist mit der Falle? Was ist mit der Falle? Das ist schon bitter. Sequence Time. Das ist noch nicht so, Greyback? Du solltest mich auf dich warmem. Also bist du hinter diesem schrecklichen Ambush? Ambush? Ich weiß nicht was du bist. Meine Freunde und ich wollen dir eine Party! Eine Feierung des Herrn Greyback und seiner unglaubliche Verkauf. Was ist mit den Monken, die hier leben? Oh, sie sind alle locket. Es ist ein Waste, um zu töten zu tunten. Du bist nicht so glücklich. Natürlich ist es wieder ein Start. die hier die jungs die Natur schützt uns jetzt, wir sind jetzt noch nicht weil wir sind nur ein Teil unten Blöck Also, die Trappern wurden trappiert und die Mörder schlief. Herzlichen Glückwunsch, Greyback, auf eine Wettbewerbe. Wer bist du? Du bist nicht so wie ein Monk. Mein Name ist Tau. Ich bin sowohl Monk und Ninja, halve Licht, halve Dunkelheit. Ich stehe Yin und Yang, und die Balance von allen Dingen. In dem Moment, die Yin der Lotus ist sehr stark. Es schreckt die Land selbst. In diesem Monk zu schützen, ich stärken die Yang und die Balance zu schützen. Aber du kannst nicht sogar die Mönchen aus den Mörderen Muttara! Die Mönchen waren nicht verletzt, und die Hörer von Greyback kam sicherlich. Ich denke, dass ich sie sehr gut schützen habe. Und ich denke, dass du komplett schützt bist! Korrekt, nur halve schützt bist. Tau, du kannst du uns zerstören, Yvain? Yvain. 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 Und ich würde sagen, Femons in der nächsten Folge von Battle Reams. Bis dahin, auf Wiedersehen.